Ganz herzlichen Dank für die Geduld von Ihnen allen und für die technische Hilfe, ganz besonders hier in der Ecke. Wir haben es doch noch geschafft, allen Unbillen zum Trotz der Technik. Wir haben eine Präsentation, wir haben eine Referentin, wir haben einen Podcast, also es kann eigentlich wirklich nichts mehr schief gehen. Deshalb starten wir ganz schnell in Medias Res. Ein paar Worte zu unserer heutigen Referentin, die uns hier quasi im Loko am Ort des Geschehens die russischen Studentinnen und Schweizer Studenten vorstellen wird. Karin Huse ist beischaffene Historikerin, daneben ist sie auch im Stadtarchiv Zürich beschäftigt. Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind jüdische Geschichte, Arbeitergeschichte, Alltags- und russische Geschichte. Sie haben sich vielleicht auch letztes Jahr schon hier einmal gesehen, wie sie ihr neuestes Buch zur jüdischen Geschichte vorgestellt hat. Das war im Rahmen der Reihe Buch am Mittag. Und zwar war das die Publikation Haltet gut Jontef und seid herzlich geküsst, Feldpostbriefe des Elsässer Juden Henry Lewy von der Ostfront aus dem Ersten Weltkrieg. Sie hat zum ersten Mal, ist quasi diesen Teil ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit angefangen mit der Publikation, die 1998 erschienen ist, bei Chronos Stettl an der Siel, Einwanderung, Leben und Alltag der Ostjuden in Zürich 1880 bis 1939 und hat weitere Publikationen zu jüdischen Lebenswänden in der Schweiz veröffentlicht, zum Beispiel im Kanton Solothurn und im Kanton Zürich. Und so ein zweites großes Arbeitsgebiet ist eben das, was sie uns heute auch vorstellen wird, eben die Geschichte der Russen in der Schweiz, insbesondere auch des revolutionären Umfelds um die Jahrhundertwende. 2003 hat sie auch bei Chronos veröffentlicht, das war ihre Dissertation, wenn ich es recht im Kopf habe, eine revolutionäre Ehe in Briefen, die russische Sozialrevolutionärin Lidia Petrovna-Kochikova und der Anarchist Fritz Brubbacher, ein Briefroman, könnte man sagen, ein Roman, der auf einem ganz großen Brief konvolut beruht. Daneben hat sie eben auch zahlreiche weitere Publikationen zu Sozialisten und Sozialistinnen veröffentlicht. Und eben eine weitere wichtige Publikation, auf die ich noch hinweisen möchte aus dem Bereich der Arbeiterbewegung, ist von 2012 die Schrift zum Deutschen Arbeiterverein in der Schweiz, der Eintracht Zürich, unter dem Titel Bildungsort Männerhort politischer Kampfverein. Ja, das war jetzt alles ganz schnell. Möchten Sie noch etwas anfügen oder starten wir direkt? Genau, ist gut. Ja, gerne. Also nochmals, herzliche Entschuldigung, also ich war doppelt abgesichert mit zwei Sticks und keiner ging. Kommt also vor, nur als Warnung. Ja, dann gehen wir gleich in Medias Res. Ich habe auch noch ein bisschen den Titel meines Referats abgeändert. Es hieß ursprünglich die Universität als Pärchenschmiede. Ich habe es ein bisschen ausgeweitet, einfach ganz generell in russisch-schweizerische Liebesgeschichten. Sie haben in den beiden vorangehenden Referaten schon viel über Begegnungen zwischen Exilrussen und Schweizern gehört, also vor allem eben politischer Austausch im ersten Referat und dann vor allem auch über die offiziellen, diplomatischen Beziehungen. Und ich möchte nun heute auf eine ganz andere, nämlich auf eine ganz persönliche Ebene von Begegnungen zu sprechen kommen, nämlich jene der Freundschaft und der Liebe. Es geht dabei um die Attraktivität, die Faszination, die entstehen kann, wenn zwei Vertreter von unterschiedlichen Lebenswelten und Kulturen aufeinandertreffen und vom Anderen, dem Fremden, an sich angesprochen fühlen, emotional und gefesselt werden. Zumindest vorübergehend, sage ich mal. In unserem Fall geht es jetzt heute Abend um Begegnungen von Vertreterinnen aus dem Zarenreich. Und aus der Schweiz und das so ganz grob, einfach so zwischen 1870 und dem Ersten Weltkrieg 1920. Und es geht eben um Paarbeziehungen oder ganz populär ausgedrückt um Liebesgeschichten. Ich werde allerdings den Schwerpunkt jetzt der russischen Studierenden nicht hier auf die Berner Universität legen, sondern mein Schwerpunkt ist eigentlich Zürich. Zum einen, weil da ja das Frauenstudium überhaupt erst angefangen hat. Die ersten Russinnen kamen an die Zürcher Universität. Zweitens gibt es da besonders viele schöne Beispiele von solchen schweizerisch-russischen Pärchenbildungen. Und drittens muss ich auch sagen, kenne ich mich einfach auf dem Platz Zürich in diesem Thema besonders gut aus oder einiges besser als jetzt, was die Berner Verhältnisse anbelangt. Ich werde ganz kurz erklären, worum es überhaupt geht bei diesem Thema, wie es zu Begegnungen kam zwischen Männern und Frauen aus dem Zarenreich und der Schweiz. Dann, was sie dazu geführt hat, dass sie sich paarmäßig verbunden haben. Dann werde ich einen Reigen bringen von Beispielen von Paarbildungen und schließlich geht es ja eben im Zusammenhang mit Zimmerwald auch ganz stark um den Begriff Revolution und da werde ich Ihnen das Beispiel einer revolutionären Liebesbeziehung oder Ehebeziehung bringen. Zuerst nun also, wo und wie kam es überhaupt zu Begegnungen zwischen russischen und schweizerischen Staatsgehörigen in der Mitte so ab ungefähr, also ab den 1860er Jahren und dem Ersten Weltkrieg. Wo das war, das sehen Sie gleich hier auf diesem ersten Dia, das ist das Poly, das ist die heutige ETH in Zürich und zwar hier im Südostflügel, jetzt muss ich hier nur noch schnell Nein, gibt es hier auch so einen roten? Ah, hier, ich habe ihn. Hier unten im Südostflügel von der heutigen ETH, so wie sie heute noch steht, da waren ja eigentlich die Anfänge der Zürcher Universität. Da befand sich zunächst einmal, bis dann das eigentliche Universitätsgebäude, wie es heute steht, das wurde ja erst 1914 eröffnet, also vorher, war die Universität in einem Flügel der ETH. Das war also sozusagen eine der Begegnungsstätten. Und jetzt, warum kamen überhaupt die russischen Studierenden an die Schweizer Universitäten und zunächst eben einmal nach Zürich? Vielen von Ihnen ist wahrscheinlich diese Tatsache bekannt, dass es besonders viele studierende Frauen aus dem Zarenreich gab, ich erlaube mir jetzt aber trotzdem kurz auf die Anfänge des Frauenstudiums nochmal einzugehen. Warum kamen die Studentinnen ausgerechnet in die Schweiz also? Im Zarenreich waren es für die Frauen im 19. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte, eigentlich nicht möglich, ein Hochschulstudium zu absolvieren oder überhaupt höhere Bildung zu genießen. Im medizinischen Bereich, da konnten die Frauen so ab 1859, zwar als Hörerinnen gewisse medizinisch-chirurgische Kurse besuchen, vor allem auch in St. Petersburg, später aber nach in den 1860er Jahren wurde ihnen diese Möglichkeit wieder entzogen. Und so blieb ihnen eigentlich bildungshungrigen Frauen nichts anderes übrig, als sich im Ausland umzusehen. Viele gingen nach Paris, wo es auch möglich war, für Frauen sich zu immatrikulieren und einige kamen dann eben in die Schweiz. Und in der Regel war ihr Ziel der Arztberuf. Deswegen haben sich dann auch vor allem diese Frauen, die aus Russland kamen, an der medizinischen Fakultät eingeschrieben. Und in Zürich war es nun, wo erstmals eigentlich eine Frau nicht nur gestattet wurde, als Hörerin sich einzuschreiben, das war schon vorher möglich. Es war aber 1867 das erste Mal, dass eine Frau gestattet wurde, auch zu promovieren. Und zwar war das nicht nach dem Prinzip Angebot, dass sich die Universität Zürich geöffnet hätte und gesagt hätte, wir laden jetzt die Frauen ein, auch zu promovieren. Es war umgekehrt. Es war eine Pionieraktion dieser Dame hier, Nadiesta Susslova. Sie hat, nachdem sie einige Semester Medizin studiert hatte, gefunden, wieso kann ich eigentlich nicht auch promovieren, wie meine männlichen Kommilitonen, hat sich an das Dekanat gewandt und es wurde ihr schließlich gestattet, weil die Universitätsordnung keinen Passus vorsah, der eine Frauenpromotion verboten oder verhindert hätte. Auch von dieser Nadiesta Susslova werden wir später noch hören. Hier habe ich Ihnen einfach eine der ersten Immatrikulationskarten, die LEGI, wie Sie sie auch kennen, aus dem Jahre 1871, die sich erhalten hat, noch abgebildet. Die Tatsache, dass nun Zürich, die Universität Zürich, das Frauenstudium ermöglichte, war von ihrer Wirkung her absolut revolutionär. Innerhalb von nur wenigen Jahren kamen nun nämlich Hunderte von Frauen, zuerst an die Zürcher Uni und dann eben auch hierher nach Bern, nach Genf und nach Lausanne zu einem Studium. Im Sommersemester, zum Beispiel 1872, also ab den 70er Jahren, hat die Zahl dann vor allem zugenommen, da waren beispielsweise an der Medizinischen Fakultät in Zürich insgesamt 51 Studentinnen, davon 49 Ausländerinnen. Die beiden, die dann auch wirklich als erste Schweizerinnen promoviert waren, die sind Ihnen vielleicht bekannt, das war zum einen die Aargauerin Marie Heim-Vögtlin und dann auch die Zürcherin Caroline Farnes, die dann auch als Ärztinnen praktizierten. Wie gesagt, es war vor allem die medizinische Fakultät, die betroffen war, es kamen dann aber auch noch an andere Fakultäten, die Frauen zum Studium. Bei der Medizin war es dann so, dass bis, also zwischen jetzt Mitte den 60er Jahren und 1900 und Mitte der 20er Jahren waren über 1000 Studentinnen mit Herkunftsland Russisches Reich bezeichnet. Und davon dann eben der ganz große Teil Medizinstudentinnen. Also die Zürcher Universität, die verhielt sich dann eigentlich in ihrer Reaktion sehr pionierhaft gegenüber den Frauen und sie hatte auch eine sehr liberale Immatrikulationspraxis. Ein Maturzeugnis für Außerkantonale und lausländische Studierende war zum Beispiel keine Voraussetzung, so dass die russischen Frauen, die hätten ja eben kein Maturzeugnis vorweisen können, sondern bestenfalls ein Hauslehrerinnen-Diplom, die konnten sich dann einzig aufgrund eines Sittenzeugnisses, das musste gebracht werden, also ein Leumundzeugnis, das war das Einzige sozusagen. Mit diesem Papier konnten sie sich immatrikulieren und das wiederum hat natürlich dann vor allem auch unter den Schweizer, unter der Schweizer Studentenschaft Anlass zum Vorwurf gegeben, die russischen Studentinnen würden eigentlich mit mangelnden Voraussetzungen an die Uni kommen und entsprechend das Bildungsniveau hinunterdrücken. Viele dieser Studierenden aus dem Zarenreich, darunter auch viele Männer, nicht nur Frauen, die waren eigentlich voller Eifer für das Studium und sie wollten es auch so rasch wie möglich abschließen und dann ganz zielorientiert zurückkehren ins Zarenreich und dort beispielsweise ihre medizinischen Dienste zur Verfügung stellen. So zum Beispiel die später berühmt gewordene Studentin, Vera Fiegner. Sie kam 1872 nach Zürich und sie war eigentlich ausschließlich von dem Wunsch beherrscht, sich vollständig dem Studium zu widmen und fest entschlossen, jedes Vergnügen, jede Zerstreuung zu meiden und nur ja keine Minute der kostbaren Zeit zu verlieren. Also sehr vorbildhaft. Also Vera Fiegner hier als ganz junge Frau, sehen Sie sie hier auf der linken Seite, so wie sie auch als sie zum Studium kam nach Zürich und dann später als ältere Frau. Ich habe gesagt, sie wurde berühmt, weil sie war dann revolutionär im Untergrund im Zarenreich tätig und hatte eine jahrelange 20-jährige Festungshaft in Nordrussland und deswegen ist sie dann auch in die Geschichte eingegangen, in die Revolutionsgeschichte. Es waren aber natürlich längstens nicht alle jetzt so eifrig und fleißig beim Studium wie diese Vera Fiegner. Es gibt auch andere Beispiele. Die eine hielt zum Beispiel fest in ihren Erinnerungen an das Studium in der Schweiz, wie sehr sie doch damals ein geistig Frühreifer zum Nachdenken und Grübeln neigender Backfisch gewesen sei und den Kopf voller Romantik gehabt habe. Und von dieser Romantik dürften nicht wenige ihre Kommilitoninnen ebenfalls ergriffen worden sein, sonst würde ich heute nicht zu diesem Thema sprechen. Es gab nämlich nebst dem reinen Fachinteresse, das bei vielen Studierenden zweifellos vorhanden war, durchaus noch ein anderes Thema und das war nun eben die Begegnung mit dem anderen Geschlecht. Die Universität, die war bislang in der Forschung wie in der Lehre eine reine Männertomäne gewesen und nun wurde sie plötzlich praktisch von einem Tag auf den anderen zu einem gemischt geschlechtlichen Begegnungsort. Über viele Wochenstunden hinweg waren nun junge Frauen und Männer auf engstem Raum miteinander konfrontiert und in einer Gesellschaft in Zürich, die wissen es, sehr zwinglianisch, protestantisch geprägt, eigentlich in einer Gesellschaft, die damals noch sehr stark von der Geschlechtertrennung geprägt war. Dass diese Begegnung dann, dieser Kontakt als fremdartig empfunden wurde, eben einerseits geschlechterübergreifend und dann auch kulturübergreifend, das liegt eigentlich in der Natur der Sache. Dieses Medizinstudium, das muss ich vielleicht auch noch sagen, also im Allgemeinen war es so, dass die Professorenschaft, der Lehrkörper, die hatten eigentlich überhaupt keine Probleme mit diesen Frauen aus dem Zarenreich. Wer Probleme machte, in Anführungszeichen, das waren die männlichen Studierenden. Da gab es verschiedene Gründe, einen habe ich erwähnt. Man sagte oder man gab vor, das Bildungsniveau wurde gedrückt. Letztendlich ging es aber auch darum, dass man in eine neue, unbekannte Konkurrenzsituation kam und das wollte man natürlich nicht, ohne weiteres akzeptieren. Hier nun sehen Sie Zar Alexander II., denn er war dann schuld, dass diese ursprüngliche Euphorie, die aufgekommen war, nachdem so viele studierende Frauen in Zürich waren, diese Euphorie wurde 1873 abrupt gebremst, und zwar durch einen Zarenerlass, der die russische Kolonie eigentlich, oder das Studium an der Zürcher Kolonie, an der Zürcher Universität, Entschuldigung, nicht direkt verbot, aber er hielt in dem UKAS fest, dass der Studienabschluss der Zürcher Universität nicht mehr als Zulassung zum russischen Staatsexamen gelten würde. Womit ja eigentlich klar war, was passierte, weil, wie ich gesagt habe, diese Frauen, die wollten ja nicht in der Schweiz bleiben nach dem Studium, die wollten in erster Linie zurückkehren nach Russland und dort als Ärztinnen praktizieren. Und wenn nun ihr Studienabschluss einfach nicht mehr gültig war, dann fielen ihr ganzer Berufsentwurf ins Wasser. Insofern war das eigentlich relativ perfid, dieser Zaren UKAS aber mit eben einer sehr fatalen Wirkung, denn in Zürich stoppte nun abrupt das Studium und tatsächlich kehrten nun sehr viele dieser russischen Frauen zurück ins Zarenreich, andere aber suchten einen Ausweg und das war jetzt die Stunde von Universitäten wie Bern, aber auch Lausanne und Genf, die inzwischen auch das Frauenstudium zuließen. Auch wiederum in Reaktion quasi, also auf Nachfrage hin, ja, ihr könnt jetzt auch hier studieren und davon haben dann sehr viele dieser Frauen aus Zürich zu diesem Mittel gegriffen, unter anderem dann auch Rosalia Simonowitsch, sie war dann die erste Bernerin, die hier in Medizin promoviert hat, hier an der Universität Bern, nachdem sie vorher einige Semester in Zürich absolviert hatte. Und da gibt es ganz viele Beispiele, also man sieht dann so richtig eine Wanderung von Zürich an die anderen drei Schweizer Universitäten. Es gab dann vorübergehend eigentlich eine Aufweichung, also dieser Restriktionen in Russland, dieser bildungsmäßigen Restriktionen, weswegen dann auch eine Zeit lang eigentlich nicht mehr so ein großer Strom in die Schweiz kam für das Studium. Aber nach dem Zarenattentat von 1881 kam es dann sozusagen zu einer zweiten Welle, weil dann natürlich abrupt das Frauenstudium und auch andere Bevölkerungsgruppen, die wurden nicht mehr, denen wurde der Zugang zur Uni verwehrt und so kam es eigentlich wie zu einer zweiten, noch viel größeren Welle von russischen Frauen hier an den Schweizer Universitäten. Ich habe Ihnen hier eine Sammlung von karikierten Frauen eigentlich, oder gezeichneten Frauen, das sind eigentlich nach Abbildungen von Stichen. Und die Frauen hier, das sind so diejenigen, also ich will Ihnen, ich will es jetzt mit Namen verschonen, aber Sie sehen ein bisschen vom Typ her, das Bezeichnende war vor allem, dass diese Frauen kurze Haare hatten teilweise, also die Haare abgeschnitten hatten, dass sie rauchten, das war auch völlig außergewöhnlich für Frauen und das Dritte schlicht, dass sie sich in der Öffentlichkeit bewegten. Die waren unterwegs, die waren gruppenweise unterwegs, logischerweise, wie das ist, bei Zuwanderern, man hat sich mit erstens Gleichgesinnten und zweitens mit der Muttersprache zusammengetan, die traten dann also so gruppenweise auf, auf den Straßen in Zürich oder in Bern und Sie können sich vorstellen, was das bewirkt hat. Erstens, diese Frauen, was machen die hier draußen auf der Straße, wenn möglich noch abends, nachts? Und zweitens, hat man sie auch nicht verstanden? Das hat ein Unbehagen ausgelöst, wenn da gesprochen wird, heftig diskutiert wird und man steht außen vor und bekommt nicht mit, was geht. Und deswegen ist es auch wenig erstaunlich, dass diese russischen Studentinnen eigentlich sehr unbeliebt waren, ganz generell gesagt. Es gab gerade von Bern, gibt es Beispiele, wo die Vermieterinnen sich wehrten, russische Studentinnen aufzunehmen und ihnen ein Zimmer zu vermieten. Man hat das dann also gleich schon unten am Haus einen Zettel hingemacht, mit dem vermerkt, keine russischen Studentinnen. Und so hat man sie dann auch karikiert, ein bisschen bösartig da oben, halt ebenso als sehr hässliche Frauen, die nichts anderes wissen, als sich da über die gelehrten Bücher zu beugen. Und das war ebenso dieses Bild, dass die Männer dann gerne kolportierten und womit man dann sozusagen auch eine Rechtfertigung hatte, dass man die Frauen, die Schweizerinnen, zuerst eigentlich nicht an die Universität lassen wollte. Das Urteil fiel dann auch umgekehrt von den Russinnen gegenüber den Schweizer Männern sehr negativ aus, also umgekehrt war es nicht viel anders. Die russischen Studierenden, die hatten eigentlich wenig Gefallen an den Männern hier. Die fanden sie spießig, zum einen, zum zweiten eben waren diese männlichen Studenten durchwegs praktisch alle in einer Verbindung. Also, was soll das? Mit diesen Männern ist gar nichts anzufangen. Sie haben nur dieses eine Interesse, im Verbindungsleben mitzumachen und so weiter. Also, viele so Vorurteile und Vorwürfe, die kommen Ihnen vielleicht auch noch bekannt vor, ist da und dort, eigentlich war das damals wie heute eigentlich nicht viel anders. Auf jeden Fall war es, sagen wir, die Mehrheit, mehrheitlich war es so, dass es dann wie zwei Gruppierungen gab. Es gab diese ausländischen, diese russischen Studierenden, die haben sich dann, gerade in Zürich spricht man von eigentlichen Kolonien, weil die haben sich dann auch lokal zusammengetan. Es gab da bestimmte Häuser, wo eben dann die russischen Frauen Zimmer mieten konnten und so hat man sich unter sich gruppiert. Und das, was ich Ihnen jetzt eigentlich bringe, diese Pärchenbildung, diese Liebesbeziehung, kann man schon fast sagen, trotz allem kamen sie zustande, aber es ist nicht repräsentativ. Also, es sind dann wirklich eben Einzelfälle und deswegen lohnt es sich auch, die nun etwas näher zu betrachten. Ich fange an gleich, ich habe schon gesagt, mit der Nadjesta Susla, was sie war, eben wie erwähnt, die erste Studentin, die promoviert hat an der Uni Zürich und überhaupt eigentlich weltweit die erste Frau, die eine Promotion abgelegt hat. Deswegen ging sie schon von daher eigentlich in die Geschichte ein. Und er ist Friedrich Erismann. Er war eigentlich schon fast fertig mit dem Studium, als die Susla nach Zürich kam. Er war schon Assistent da an der Augenklinik und die beiden haben sich gefunden und zwar nur deshalb, weil Erismann sozusagen speziell war. Er hatte nicht diese gängigen Interesse seiner Kommilitonen, sondern er war eben sehr bereit, sich auf etwas Neues einzulassen und es war eigentlich gerade dieses Fremdartige, dieses Unbekannte, dieses, was auch vor allem im Engagement dieser jungen Frauen zum Ausdruck kam, was ihn und andere fasziniert haben. Diese Beziehung, die hat dann relativ lange gedauert und zwar auch die Susla Weiss nach dem Studium tatsächlich ins Zarenreich zurückgekehrt, hat dort auch als erste Frau eine eigene Klinik aufgemacht für Geburtshilfe und Erismann, das ist noch das Spezielle, er ist ihr gefolgt dann, nachdem er verschiedene, seine ganzen Abschlüsse zum Spezialarzt gemacht hatte, hat in Russland nochmal das russische Staatsexamen absolviert, das war Bedingung zum Praktizieren, hat also die ganzen Prüfungen auf Russisch dann dort abgelegt und die beiden haben versucht, wirklich einen alternativen Lebensentwurf zu machen in Russland, der dann allerdings gescheitert ist, muss man sagen und ich nehme es vorweg, wie eigentlich die meisten dieser Beziehungen, auf die ich noch eingehen werde. Also zuerst große Euphorie und das Gegensätzliche war da durchaus der Anziehungspunkt, also so nach dem Muster Gegensätze ziehen sich an, was ja durchaus ein Beziehungskriterium sein kann, aber es war einfach nicht von Dauer, es stellten sich Schwierigkeiten ein, Verschiedentliches hat sicher auch mit der psychischen Konstitution, vor allem der Suslava zu tun, die sehr zu Schwermut neigte und das Paar hat sich dann irgendwie einfach auf Dauer nicht zurechtgefunden. Es ist von diesen beiden ein relativ umfangreicher Briefwechsel vorhanden, also vor allem die Briefe von Erismann an Suslava, die sind vorhanden und wenn man die studiert, dann kann man eigentlich diese Beziehung recht gut verfolgen und sieht eben eigentlich, dass von Anfang an gewisse Schwierigkeiten da waren. Ich sage jetzt mal so plakativ interkulturelle Beziehungen, weil man auch oft sich einfach schlicht nicht verstanden aneinander vorbeiredete und zwar durchaus nicht sprachlich, weil sowohl die Suslava konnte sehr gut Deutsch, hat ja in der Schweiz studiert und der Erismann, wie wir wissen, konnte auch gut Russisch. Es war also nicht die sprachliche Barriere, die da zum Tragen kann, sondern eben einfach gesellschaftliche, übergeordnete Probleme, die da mitgespielt haben dürften. Und hier Mari Heim, oder damals als Studentin eben Föcklin, die erwähne ich jetzt noch in diesem Zusammenhang, weil sie war eigentlich zuerst die Verlobte von diesem Erismann und er hat die Verlobung dann aber aufgelöst, zugunsten eigentlich dieser anders fremdartigen Frau der Suslava. Und nichtsdestotrotz hat dann eben, wie ich schon erwähnt habe, die Mari Föcklin, die ist dann eigentlich sozusagen in die Fußstapfen ihrer Rivalin getreten, hat sich wohl gesagt, was die gemacht hat, das kann ich auch und hat dann eben auch ein Medizinstudium gemacht und sie wurde dann bekanntlich die erste Schweizerin, die in Medizin promoviert hat. Aus Zeitgründen gehe ich jetzt auf dieses Paar nicht ein. Hups, da ist etwas verkehrt. Aber ich kann es Ihnen sagen, die Frau heißt Natalia Kirpitschnikova und der Mann heißt Max Oetli. Die Namen tun aber eigentlich nicht so viel zur Sache. Es geht mir eigentlich jetzt hier einfach darum, Beispiele zu zeigen von verschiedenen Konstellationen und halt auch einfach Überlegungen zu machen, warum sich erstens diese Paare gebildet haben und dann vor allem, warum die allermeisten von ihnen sich wieder aufgelöst haben. In diesem Fall, die Kirpitschnikova, sie war die Tochter eines Professors und sie stammte aus Odessa. Der Mann war Schweizer und die beiden haben sich tatsächlich an der Zürcher Uni getroffen. Da im Hörsaal sind sie einander begegnet und waren fasziniert voneinander so, dass sie dann im Jahre 1901 heirateten. Fakt ist aber, dass in dem Fall jetzt der Ehemann, Max Oetli, der hat dann nach seinem naturwissenschaftlichen Studium, hat er tatsächlich eine berufliche Karriere gemacht, wohingegen die Medizinstudentin Kirpitschnikova ihren Beruf nicht ausüben konnte in der Schweiz und das mag damit ein Grund gewesen sein, weshalb diese Beziehung nicht gehalten hat. Und was da noch speziell ist, sie haben sich scheiden lassen und zwar nach 29 Ehejahren. Also nicht die Scheidung ist speziell, weil gerade innerhalb dieser interkulturellen Paare, wie wir noch hören werden, war die Scheidung eigentlich das Normale, aber dass sie sich dann erst nach 29 Jahren, also als sie ja wirklich schon für damalige Verhältnisse in einem vorgeschrittenen Altersstadium waren, dann haben sie sich noch scheiden lassen. Sozusagen um das Auseinanderleben, was eben stattgefunden hatte, auch noch auf dem Papier festzumachen. Hier noch die Familie, also das muss man auch noch erwähnen, die beiden hatten zahlreiche Kinder, es war also eine große Familie, umso erstaunlicher eben auch, dass man sich dann trotzdem getrennt hat. Ich komme noch zu einem anderen Paar, von denen mindestens der Ehemann, ich sehe jetzt, aufgrund des PDFs hat sich das so ein bisschen verschoben, jetzt hier, weil da müsste es noch heißen, der hat noch einen Nachnamen, da heißt es Hermann Rorschach. Und das ist ein Name, der vielen wahrscheinlich von Ihnen bekannt ist, allein vom Rorschacher Test, von diesem psychologischen Test, den er eigentlich ins Leben gerufen hat und der nach ihm benannt wurde. Worum geht es hier? Es geht mir eigentlich darum, das ist sozusagen das Musterpärchen und zwar nicht nur hier auf dem Bild, Sie sehen es, also ich finde das schon sehr speziell, er sieht so fast ein bisschen Brad Pitt-mäßig aus und auch sie ist eigentlich eine sehr schöne Frau, also wirklich so ein Pärchen, was man so auf eine Heiratszeitschrift, auf das Titelblatt legen könnte, ohne weiteres. Und tatsächlich war es auch so, dass das eines der ganz wenigen Paare ist, die gehalten haben. Also, das war ein erfolgreiches Paar. Die Olga, die Medizin studiert hat, so wie auch der Rorschach, die konnte zwar nicht eine volle Karriere dann machen, eine volle Berufskarriere, aber immerhin, sie war im Umfeld ihres Ehemannes, konnte sie ihm quasi assistieren. Sie war, in dem Sinne war es nicht eine egalitäre Berufskarriere, aber immerhin, sie konnte auf ihrem beruflichen Feld eine Betätigung, die für sie sinnvoll genug war, finden. Und dieses Pärchen eben hat eigentlich wirklich sehr erfolgreich, wenn man jetzt so sagen kann, zusammengelebt, ohne Scheidung. Allerdings muss man auch sagen, dass der Ehemann Rorschach relativ früh gestorben ist, 1922. Also, die waren eigentlich noch nicht so lange in ihrer Ehebeziehung, wie eben zum Beispiel das vorher erwähnte Paar. Dann, ein weiteres Pärchen, das ich kurz erwähnen möchte, das ist der Stadtrat Otto Lang, der vor allem auch den Zürchern bekannt ist, durch seine lange Karriere, ist aber auch dadurch bekannt, dass er das marxistische Manifest eigentlich in die sozialdemokratische Partei in der Schweiz gebracht hat. Also, er stand da mindestens vorübergehend eher auf dem linken Flügel, war auch bestens bekannt mit Lenin und einfach diesen politischen Exilrussen, dieser Otto Lang. Und er hat, und das ist wenig erstaunlich, von daher eben durch sein Interesse an der russischen Kultur, auch ganz generell, hat er sich auch mit einer der russischen Studierenden von der Uni verheiratet. Und diese Beziehung, die hielt auch, die mündete nicht in eine Scheidung, es ist aber so ganz, also er hat versucht, wirklich so wenig wie möglich von seinem Privatleben preiszugeben, der Otto Lang, aber so zwischen den Zeilen wird doch deutlich auch, dass diese Beziehung mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Dann ein Name, der Ihnen sicher bekannt ist, das ist Fritz Platten, der war ja ganz im allerengsten Dunstkreis von Lenin. Und Fritz Platten, selber kein Akademiker, er war eigentlich, er hat eine handwerkliche Berufslehre gemacht. Er hat auch eine Studentin von der Universität Zürich geheiratet und diese Beziehung, die endete dann sogar tragisch. Also, sie hatten ein Kind zusammen und die Olga hat sich dann aber wenige Wochen nach der Geburt des Sohnes das Leben genommen. Auch da ist es schwierig, genau zu bestimmen, weshalb diese Beziehung gescheitert wird. Zum einen sagt man natürlich vom Platten, der ist bekannt, dass er eigentlich die Frauen ganz generell sehr gerne hatte. Er hat auch mehrmals sich verheiratet, hat es legal gemacht. Er hatte aber auch ein uneheliches Kind von einer Frau, mit der er vor der Olga Karslinska schon zusammen gewesen war. Also, er war sicher jemand, der allein auch durch seine Funktion viel unterwegs war und so die Beziehung eigentlich nicht stattfinden oder nur ganz am Rande stattfinden konnte. Er war beispielsweise auch der Sekretär des Internationalen Arbeitervereins in der Schweiz. Er hielt also überall ständig Referate und er war aber auch immer in der Öffentlichkeit zu treffen. Er ging auch gerne in die Kneipen halt da, wo sich auch die anderen Führungsfiguren aus dem linken politischen Zirkel aufhielten. Die Exilrussen zum Beispiel, so, dass er eben sehr oft abwesend war und diese Beziehung wurde dann eben ganz abrupt durch den Tod, durch den Selbstmord der Ehefrau beendet. Dann, auf eine Beziehung möchte ich natürlich auch noch eingehen, wenn es jetzt hier entfernt um Zimmerwald geht und da spielt ja Robert Grimm eine ganz führende Rolle und so komme ich auch auf diese Beziehung zwischen Rosa Schlein, so hieß seine erste Frau, und Robert Grimm zu sprechen. Nun, wie ist diese Beziehung gestaltet? Auch hier ist das Muster so, dass Robert Grimm nicht aus dem akademischen Milieu stammte, sondern er hat eigentlich eine Berufslehre gemacht, zuerst im Maschinenbau und dann noch als Typograf. Er war ein Praktiker. Und die Rosa Schlein, sie stammte eigentlich aus einem sehr gebildeten jüdischen Haus aus Odessa und sie kam hier nach Bern zum Studieren. Sie war also eine Berner Studentin. Hier in Bern hat sie dann auch einen Kommilitonen geheiratet, der aus ihrem eigenen Kulturkreis stammte, den Jovel Reichesberg. Und man hätte jetzt, ja, neigt dazu zu sagen, ja gut, eben das passt ja dann, wenn die aus dem selben Hintergrund, kulturellen Hintergrund kommen. Dem war aber nicht so, sondern diese Ehe wurde schon sehr bald geschieden und es kam dann eben zur Ehe zwischen Rosa und Robert. Nun, diese Ehe, was war da das Spezifische daran? Rosa Grimm ist vielleicht, oder ich hoffe es, vielen von Ihnen bekannt, denn sie spielte eine ganz wichtige Rolle unter den linken, politisch linken Frauen in der Schweiz, in der Frauenbewegung. Sie war sicher eine, die man als emanzipierte Frau bezeichnen kann. Sie war sehr resolut in ihren Ansichten und es ist eigentlich auch wahrscheinlich, muss man sagen, das einer der Hauptgründe gewesen, warum diese ursprünglich so euphorische Liebesbeziehung, da hat man Zeugnisse von beiden, es wäre wirklich eine Liebesbeziehung und Liebesheirat gewesen, warum sie dann doch scheiterte. Die beiden hatten zwei Kinder zusammen und ganz entgegen dem Verständnis von Rosa Grimm, von einer egalitären Ehe, war es dann so, dass vor allem Robert Grimm auswärts, also auch viel auswärts war und vor allem auch das Geld für die Familie beschaffte, durch seine Anstellung bei der Berner Tagwacht, wo er Redakteur war. Er hatte auch das Mandat im Nationalrat und seine Frau war sozusagen reduziert darauf, halt sich in erster Linie dann doch um die Kinder, um die Familie und um den Haushalt zu kümmern, denn ein Dienstmädchen konnten sie sich nicht leisten. Das war in manchen Kreisen damals noch so eine Möglichkeit, für die Frauen sich trotzdem irgendwie frei zu machen, indem man ein Dienstmädchen anstellte. Das war in diesem Fall nicht möglich und so sah sich dann Rosa Grimm einfach allzu oft mit den beiden Kindern zu Hause und Robert war irgendwo da, schwebte in seinen politischen Dunstkreisen herum und deswegen war es dann vor allem auch sie, die 1916 zur Scheidung drängte. Also während der Zimmerwalder Konferenz waren die beiden noch zusammen. Ja, und dann, die lasse ich jetzt auch weg aus zeitlichen Gründen, aber eine Beziehung möchte ich doch noch erwähnen, das ist eine sehr berühmt gewordene Beziehung und zwar ist das jene zwischen Sabina Spielrhein und Carl Gustav Jung, zumindest Jung ist ihnen sicher allen, ein Begriff, wird ja auch sehr daran gearbeitet sozusagen, dass er da in der Hagiografie der Schweizer Psychologie-Geschichte immer unangefochten seinen Platz hat und deswegen bringe ich diese Geschichte auch für diejenigen, denen sie nicht bekannt ist, das war dann natürlich etwas, was nicht sein durfte, dass nämlich dieser Jung sich mit einer, nicht nur, er war schon verheiratet, sich nicht nur mit einer anderen Frau einließ, sondern auch noch, es war eine Patientin zu diesem Zeitpunkt, denn die Spielrhein, die kam mit starken psychischen Problemen damals an die damalige Ehrenanstalt Burg Hölzli in Zürich, wo Carl Gustav Jung, junger Arzt war und er bekam sie dann als besonders interessanten Fall zur Behandlung. Und da entwickelte sich dann eben eine sehr intensive Liebesbeziehung zwischen den beiden und das war eben ein Ding, natürlich, das nicht sein durfte. Es war auch nie die Rede davon, dass Jung jetzt seine Ehe, sein familiäres Leben aufgeben würde, sondern es war völlig klar, dass er eigentlich die Form halten wollte und interessanterweise wurde auch sehr, sehr lange diese Außenbeziehung Jungs totgeschwiegen. Das war eben irgendwie etwas, was nicht sein durfte, das passte nicht und beispielsweise noch heute ist es so, ich kenne jemanden, der hat ein Ein-Personen-Stück gemacht über die Spielrhein, das war sehr schön, weil da gibt es von ihr, gibt es sehr viele, gibt es einen großen Nachlass, der aufgetaucht ist vor ein paar Jahren und die hat so ein Ein-Personen-Stück über die Spielrhein gemacht und wollte das eigentlich gerne am Ort des Geschehens, nämlich an der Klinik Burg Hölzli, der heutigen Universitätsklinik, aufführen und das wurde ihr aber verwehrt. Also, da gab es überhaupt keine Möglichkeit. Hier die offizielle Ehe von Karl Gustav Jung mit seiner Emma. Und schließlich, ich habe es Ihnen gesagt, ich möchte nun doch noch auf eine sogenannte revolutionäre Ehe kommen, so habe ich auch eines meiner Bücher eben genannt, eine revolutionäre Ehe in Briefen. Und ich bringe jetzt diese Beziehung ein bisschen ausführlicher, weil sie vielleicht stellvertretend, so wie ein Paar allgemeingültige Muster wiedergibt diese Beziehung zwischen russisch-schweizerischen, also bei russisch-schweizerischen Paarbeziehungen. Und zwar handelt es sich hier um den Studenten damals noch, Fritz Brubacher, der dann später, nachdem er sein Staatsexamen abgelegt hat, an der Universität Zürich als Armenarzt einerseits in die Geschichte einging, als Armenarzt von Zürich und dann aber auch als anarchistisch gesinnter Bürgerschreck. Beispielsweise, und das war ja schon am Ende seines Studiums, es wurde ihm die Promotion verweigert. Also das Staatsexamen, das konnte er gerade noch machen, aber die Promotion wurde ihm dann aufgrund von seiner Gesinnung verweigert. Und er stieß nun während des Zürcher Studiums auf eine Dame, die Kocetkova, sie war zwei Jahre älter, sie stammte von der Volga in Russland und sie kam auch explizit nach Zürich für ein Medizinstudium, um nachher in Russland einerseits zu praktizieren, aber auch, und was dann eigentlich das Wesentliche bei ihr war, sie war dann auch im revolutionären Untergrund tätig. Wie notabene eben viele dieser Studierenden, dieser russischen Studentinnen aus der Schweiz, sehr viele von ihnen, die waren nachher wirklich im revolutionären Untergrund. Bruchbacher selber stammte aus dem protestantischen Zürcher Bürgertum und ich habe Ihnen gesagt, es war nicht einfach, in diese russischen Kolonien einzudringen und er war aber einer der wenigen, die es geschafft haben. Er hat sich auch bemüht, Russisch zu lernen, er hat sich intensiv mit der russischen Kultur auseinandergesetzt, besonders mit der Literatur und dann war es aber vor allem auch das Politische, was die beiden zusammengebracht hat und in dem Fall war es auch ganz klar so, dass sie, die Kocetkova, eigentlich den Bruchbacher instruiert hat, ihm eigentlich durch ihre vielfältigen Kontakte, die sie hatte, auch zu Exilrussen, ihm eigentlich viel revolutionäres Gedankengut näher gebracht hat. Nun, was ist das Ungewöhnliche oder das Revolutionäre an dieser Beziehung, die eigentlich zunächst ganz harmlos oder so wie viele Beziehungen anfingen, nämlich, dass sie sich einfach auch im Hörsaal getroffen und gefallen aneinander gefunden haben. Das Revolutionäre, das war vielleicht zunächst einmal, dass das Paar einen Ehevertrag aufsetzte. Man wollte zwar explizit nicht heiraten, aber man wollte die Dinge regeln und zwar ging es hier vor allem auch um das Rollenverhältnis innerhalb dieser Beziehung, denn auch die Kocetkova war sehr emanzipiert und sie legte Wert auf das Egalitäre. Und deswegen, also das ist mir eine der ersten Eheverträge dieser Art überhaupt, die haben also fein säuberlich Paragraf und Paragraf geregelt, wer was zu tun hat, beziehungsweise, dass eben beide das Anrecht haben, wirklich egalitär die Beziehung zu leben und dann haben sie vor allem auch festgehalten, dass sie keine Familie gründen wollen, also kinderlos bleiben möchten. Dies allerdings kann dann gerade ein Grund sein, weshalb auch diese Beziehung scheiterte später. Revolutionär war auch, dass eigentlich ja, sinngemäß eben von ihrer Vorstellung von Egalität, die Kocetkova nach dem Studium fand, dass sie auf jeden Fall nach Russland zurück möchte und dort arbeiten möchte. Der Brubacher hätte sich aber sogar an Erboten, so wie Erismann schon, wie wir gehört haben, auch nach Russland zu gehen, dort sein Staatsexamen zu machen und bei seiner Frau zu leben und sie hat ihm das aber sozusagen ausgeschlagen, weil sie fand, sie war überzeugt, jeder, jeder Mensch muss eigentlich an seinem Ort, wo er herkommt, wirken. Es ist völlig unsinnig, wenn man da diese Migrationen hat und alle wild durcheinander reisen oder migrieren, sondern jeder bleibt da und versucht, ein so nützlicher Mensch wie möglich in seinem eigenen Umfeld zu sein. Und deswegen durfte er dann eben nicht mit ihr mitreisen. Hier habe ich ein Beispiel von einem Brief, ganz aus der Anfangszeit, von Brubacher an Kocetkova aus dem Jahre 1898, wo er sie als Liebesfräulein Kocetkova anspricht und schon das, also die Formalitäten, die hat man noch sehr strikte eingehalten damals, also offenbar ist man da nicht einfach so mit der Tür ins Haus gefallen und aufeinander zugegangen, direkt, sondern man hat sich sozusagen zuerst brieflich angemeldet und sein Interesse kundgetan. Und das zeige ich Ihnen vor allem als Beispiel, weil es gibt dann zwischen diesen beiden, gibt es ein riesengroßes Briefkonvolut, und zwar eben dank dem, dass sie beschlossen hatten, separat zu leben, also eine Fernbeziehung zu pflegen, hatten sie eigentlich keine andere Möglichkeit, als über den Briefwechsel, eben alles andere, was wir heute zur Verfügung haben, für externe Kommunikation gab es nicht, es gab wirklich nur eins zu schreiben. Glücklicherweise war damals die Post sensationell schnell, ist unglaublich, also zwischen dem Zarenreich und Zürich gingen die Briefe zum Teil in drei, vier Tagen, waren die schon an ihrem Ort, unglaublich schnell, und so haben sich die beiden also eine Vielzahl, es geht in die Tausende, was die sich an Briefen oder zum Teil auch einfach Zettelchen und Karten geschrieben haben und insofern war das eben auch sehr speziell, sie haben sich zwar getroffen, also die Koczekova kam vereinzelt auch nach Zürich, der Brutbacher ist zu ihr nach Russland gereist, das hat sie dann doch zugelassen, allerdings ist er dann meistens relativ frustriert und wieder abgereist, und zwar aus dem einfachen Grund, weil die beiden auch gemerkt haben mit der Zeit, obwohl sie eigentlich politisch sehr nahe beieinander waren und eigentlich beide dasselbe wollten, nämlich revolutionär tätig sein, einen Umsturz bringen, einen gesellschaftlichen, der Arbeiterklasse zu einem Aufschwung verhelfen, Bildung zu machen innerhalb der Arbeiterschicht, das waren alles gemeinsame Ziele und Entwürfe, die sie hatten und nichtsdestotrotz hat das nicht ausgereicht, dann über Dauer diese Beziehung aufrecht zu erhalten. Und auch diese Beziehung zufälligerweise im selben Jahr wie jene der Grimms 1916, also mitten im Ersten Weltkrieg, wurde dann auch diese Ehe geschieden. Und ganz ähnlich, das ist auch noch eine Parallele zu der Beziehung der Grimms, war es dann so, das ist ja auch noch immer interessant, was passiert dann nach der Scheidung, wie entwickeln sich die Paare dann weiter. In beiden Fällen war es so, dass die Männer eigentlich sehr rasch nach der Scheidung wieder eine neue Beziehung eingegangen sind. Also, der Grimms hat dann seine zweite Frau geheiratet, die war bezeichnenderweise, es war dann eine Schweizerin und eine Frau, sie war viel jünger als er und sie war vor allen Dingen bereit, dann wirklich sich voll auf das Familienleben zu konzentrieren. Sie hatten dann auch nochmal Kinder, das Ehepaar Grimms, und da hat sich dann die Ehefrau vollumfänglich um das Familienleben gekümmert. Grimms konnte dann einfach ungehindert sozusagen das machen, woran ihn eben unter anderem seine erste Ehefrau gehindert hatte. Und dann, hier eben ganz ähnlich das Muster, Brubacher hat sofort, ist wieder eine Beziehung eingegangen, wiederum mit einer Frau aus dem Zarenreich. Diese Dame war aber sehr krank, die ist dann hier noch in der Schweiz schon bald darauf gestorben und dann ist er nochmal eine dritte Beziehung eingegangen, wiederum mit einer Russin und das ist dann die nachmalig recht berühmt gewordene Paula Brubacher, die dann vor allem auch in der Geburtshilfe, in der Schwangerschaftsverhütung und so weiter, hat sie dann sehr evolutionär gewirkt mit ihren Auftritten. Die Kocetkova, die Frau, die ist noch in Russland geblieben und von ihr verlieren sich dann eigentlich die Spuren. Man weiß nicht, wo sie gestorben ist, aber sicher ist, sie ist nie mehr eine Beziehung eingegangen. Sie war dermaßen erschüttert, eigentlich vom Scheitern der Beziehung zu Brubacher, dass sie einfach gar nicht mehr bereit war, überhaupt sich noch auf einen Mann einzulassen. Und ganz analog auch die weitere Geschichte von Rosa Grimm. Sie ist dann von Bern weg nach Zürich gezogen und hat sich dann da mehr schlecht als recht alleine durchbringen müssen und es kam dann auch noch dazu, dass sie politisch immer mehr isoliert wurde. Sie kennen dann die Geschichte vielleicht von der KPS. Sie ist dann der KPS beigetreten, wurde aber auch innerhalb der KP immer mehr isoliert und ist dann eigentlich als völlig vereinsamte und verarmte Frau in Zürich gestorben. Ja, ich habe versucht, jetzt hier Ihnen einfach mal so ein paar Beziehungen oder Beziehungsentwürfe aufzureißen. Das sind noch einfach von Zürich hier noch so ein paar Orte, wo man sich besonders traf unter russischen Studierenden. Beispielsweise der Dolderschlickln auf dem Dolder war sehr beliebt oder auf dem Zürichberg. Dann die Hohe Promenade, die war auch sehr beliebt für Spaziergänge unter russischen Paaren, russisch-schweizerischen Paaren. Und hier schließlich noch die Verlobungsanzeige und das Pärchen selber, natürlich auch noch Brutbacher und die Kocetkova bei ihrer Heirat 1901 in Zürich. Hier beispielsweise sehen Sie dann noch, apropos revolutionärer Ehe, es gab dann durchaus auch wieder Standards, bürgerliche Standards sozusagen, wie eben beispielsweise dieses sehr steife Studienfoto von der Heirat, wo beide sich eigentlich in einer Aufmachung bewegten oder in einer Aufmachung begaben, die sie sonst sicher nicht hatten im Alltagsleben. Und hier noch der Besuch Brutbachers in der Verbannung, er hat sie auch in Nordrussland, im nördlichsten Teil des Zarenreichs besucht. Und schließlich die Beziehung dann, das ist wieder eine ganz andere Art, viel freizügiger, man muss auch sagen, das ist viel später das hier, das ist jetzt eine Aufnahme aus den 30er Jahren, Fritz Brutbacher und seine dritte Ehefrau, die Paula Brutbacher, die notabene auch hier an der Universität Bern studiert hat und was bei ihr natürlich auch noch ganz besonders war, sie hat nicht nur ein Philosophiestudium abgeschlossen mit Promotion, sondern sie hat anschließend in Genf noch ein Medizinstudium absolviert. Sie hatten also gleich zwei Doktorhüte gehabt, das war also auch relativ ungewöhnlich oder überhaupt einfach einzigartig damals. Ja, und hier noch einmal dieser ganze Überblick von diesen verschiedenen Pärchen, die ich da, deren Beziehungsentwürfe ich aufgerissen habe. Und Sie haben es vielleicht selber gemerkt, es gibt eigentlich nicht ein spezifisches Muster, wie diese Beziehungen abgelaufen sind. Man kann zwar durchaus gewisse Parallelen finden, gewisse Muster sind da, aber letztendlich muss man sagen, es liegt in der Natur der Sache, diese Paarbeziehungen, die sind einfach extrem individuell von den Individuen geprägt, die äußeren Umstände, die kommen auch noch dazu, aber letztlich geht es um Individuen und wie und weshalb es bei den einen geklappt hat und bei den anderen dann eigentlich bei denselben Voraussetzungen es wieder nicht möglich war, die Beziehung dauerhaft durchzuführen. Das bleibt letztlich, das muss offen bleiben. Ich habe Ihnen gesagt, beispielsweise Rosa Grimm, die war ja zuerst eigentlich mit einem Mann aus ihrem eigenen Kulturkreis zusammen, auch da hat es aber trotzdem nicht geklappt. Dann gibt es aber die anderen Beispiele wie Brubacher, der dreimal mit einer Russin zusammen war und die dritte Beziehung hat dann auch wirklich sehr gut geklappt. Die sind also buchstäblich bis ins Grab zusammengeblieben, die wurden dann im selben Grab mal bestattet. Also von daher, es ist eigentlich ganz schwierig, da irgendwelche allgemeingültigen Regeln sozusagen herauszufinden, aber das macht es ja eigentlich auch gerade sehr spannend und anregend. Und weil nun eben gerade dieses Thema Beziehung eigentlich eines ist, von dem wahrscheinlich jeder und jede in irgendeiner Form irgendwann betroffen war, gehe ich davon aus, dass Sie da durchaus auch Ihre eigenen Gedanken jetzt haben zu meinen Ausführungen und ich freue mich jetzt sehr auf Ihre Fragen einerseits oder einfach Gedanken, die Ihnen bei meinen Ausführungen gekommen sind. Ja, ganz herzlichen Dank. Wem darf ich gleich das Mikrofon geben? Also in erster Linie einmal vielen Dank für Ihren Vortrag. Mich würde interessieren, wie sieht das denn, etwas überspitzt gesagt, an der Heimatfront aus? Also ich meine, wenn man jetzt in Russland ist, man hat die Eltern in Russland, die schicken dann der Tochter Geld und dann erfahren Sie plötzlich, ich meine, es kann auch sein über Umwege beispielsweise, dass dann die Tochter in ein Verhältnis mit einem Schweizer eingegangen ist. Wie sind da die Reaktionen? Die waren genauso unterschiedlich jetzt wie auch die Paare selber. Was interessant ist, das habe ich nicht erwähnt gehabt, diese russischen Studentinnen, die waren zum Teil wirklich blutjung, muss man sagen, die waren vielleicht 16, 17 Jahre alt, manche von Ihnen, die hierher kamen. Die kamen natürlich nicht allein, sondern da kam oft die Mutter selber mit oder dann irgendeine Aufsichtsperson, die in jeder Hinsicht zum Rechten schaute. Also, die waren durchaus dann nicht einfach so frei in ihrem Bewegungskreis. Aber dann gab es natürlich andere, die hatten eben diese Möglichkeit, die haben das dann auch mitgeteilt. Da waren die Reaktionen, wie gesagt, unterschiedlich. Manche haben das hingenommen und akzeptiert, beispielsweise im Fall Koczekova-Brubacher, der Vater war von ihr, der war schon tot, aber die Mutter lebte noch und die hat diese Beziehung durchaus begrüßt. Was vor allem der Fall war, jetzt bei jüdischen Beziehungen, das habe ich gar nicht, glaube ich, nicht erwähnt, dass sehr viele von diesen russischen Studentinnen gleichzeitig auch jüdisch waren. Liegt in der Natur der Sache, weil die auch öfter aus einem sehr bildungsnahen Hintergrund, Familienhintergrund kamen und dann ganz besonders das Bedürfnis hatten, ein Studium zu machen. Und da war es dann durchaus problematischer. Das war beispielsweise der Fall bei der ersten Frau von Fritz Platten oder Beziehungsfrau, die waren eben nicht verheiratet, sondern das Kind kam unehelich auf die Welt, weil die Frau war Jüdin und da haben sich die Eltern wirklich quergestellt. Haben der Tochter verboten, erstens einen Nichtjuden zu heiraten, aber auch einfach jemanden aus einem anderen Kulturkreis und so weiter. Und in Extremfällen, das habe ich auch nicht selten angetroffen, in jüdischen Fällen, wenn es sich um religiöse Juden handelte, es war ja durchaus nicht alle religiös, dass die zum Teil die Kinder verstoßen haben. Also sozusagen, wenn du den heiratest, besonders wenn es eben ein Nichtjude war, dann bist du sozusagen nicht mehr ein Mitglied der Familie. Das ging dann auch so weit, dass man sozusagen eine Totenfeier für dieses Kind absolvierte, weil das Kind war de facto für die Familie dann gestorben. Ja? Ich hatte gleich eine Anschlussfrage, die mich persönlich sehr interessieren würde. Wissen Sie, was mit den Kindern passiert ist, die aus den Ehen hervorgegangen sind? Sind die zurück ins Russländische Reich oder blieben die in der Schweiz? Im Fall Rorschach dürfte der Fall klar sein, aber bei den anderen Ehen würde mich das eben genau interessieren. Ja, also eben, viele dieser Paare, die blieben tatsächlich kinderlos. Zwar aus verschiedenen Gründen. Also eben bei Brutbacher-Kotschekow haben wir es gehört, die haben das sogar in den Ehevertrag aufgenommen, aber andere hatten, das ist dann nicht bekannt, warum sie keine Kinder hatten, wollten sie keine oder war es wirklich ein Entscheid? Und bei denjenigen, die Kinder hatten, das sind eigentlich fast ausschließlich, glaube ich, jetzt Fälle, wo die Frau, die Mutter auch in der Schweiz blieb. Und insofern dann auch die Kinder hier in der Schweiz groß geworden sind. Ich kenne das jetzt auch im Fall von Friedrich Erismann zum Beispiel, der hat ja dann eben auch wieder eine Russin geheiratet, hatte mit ihr hier drei Kinder und die sind dann alle hier in der Schweiz groß geworden. Also ich kenne eigentlich keinen Fall jetzt, wo sozusagen die Mutter dann die Kinder mit nach Russland genommen hätte und dann sozusagen den Zugang, den Vätern den Zugang verwehrt hätte damit. Sind sonst noch Fragen? Ja? Wir sind einige Leute, die da in Schwarzenburg jetzt Führungen machen, zu dieser Ausstellung. Ich bin ein bisschen erstaunt, und ich möchte sagen, dass wir dort sagen, Rosa Grimm, das war nicht vor allem oder nicht nur familiäre Gründe, also dass die da zu Hause zu diesen zwei Kindern schauen sollte, sondern das waren auch sehr starke ideologische Unterschiede. Also sie soll ihn zum Beispiel auch öffentlich als Opportunisten bezeichnet haben. Er geht den Weg des Burgfriedens. Ist das Recht in der Form? Ja, es ist natürlich immer schwierig, so von außen da sozusagen hinter die Kulissen zu schauen, was jetzt da wirklich ablief bei so einer Ehebeziehung. Und deswegen kann man dann vor allem einfach auch spekulieren, und was jetzt genau welches Gewicht hatte, ist schwierig zu sagen. Es spielte sicher mit, dass die beiden politisch nicht das Heu auf derselben Bühne hatten. Grimm ist ganz klar, eben, er gehörte dem Zentrum an, deklariert, und Rosa war sicher viel, viel mehr auf der linken Seite als er. Und es gibt auch andere Vorwürfe, eben, sie hat ihn immer wieder eigentlich auch öffentlich da sozusagen abgekanzelt, weil er einfach zu wenig extrem und nach ihrer Meinung auftrat. Aber, wie gesagt, das familiäre, das spielte sehr stark mit, weil ihr einfach die Möglichkeit, die Plattform, die sie gebraucht hätte, um wirklich nach ihrem Stil leben zu können, die hatte sie nicht, das war nicht möglich. Inwiefern Grimm das auch nicht probiert hat, ihr zuzugestehen, das ist auch wieder spekulativ, das ist schwer abzuschätzen, aber das war sicher ein wichtiger Grund. Also, insofern eben, es kommen dann mehrere Dinge zusammen, was dann letztendlich den Ausschlag gegeben hat. Ja, das können wir nicht mit Bestimmtheit sagen. Sind es sonst noch Fragen? Ja, also eben dieser eine, jetzt Brubacher-Kotschekova, den habe ich publiziert, das ist auch meines Wissens der umfangreichste und vor allem auch der zusammenhängendste, weil da haben sich wirklich unheimlich, also ich würde fast sagen, alle, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es noch mehr gab, denn die haben sich fast täglich geschrieben, der ist weitgehend vorhanden und eben die Briefe, die Erismann an seine Frau Suslova geschrieben hat, die sind ebenfalls vorhanden, allerdings nicht hier in der Schweiz, sondern die sind auf der Krim, in einem heute ein bisschen schwierigen Gebiet. Ich war zum Glück vor ein paar Jahren dort, als es noch völlig harmlos war und hatte dann wirklich Zugang zu diesen Briefen. Warum sind die auf der Krim? Weil die Suslova, die hat nachher eben auch nochmal geheiratet, nach der Scheidung mit Erismann, hat einen Russen geheiratet und in ihren älteren Jahren, sie ist dieses Paar dann auf die Krim gezogen und sie hat natürlich die Briefe von Erismann bei sich gehabt. Diejenigen, die sie ihm geschrieben hat, die sind irgendwo verloren gegangen, die gibt es nicht mehr. Und sonst eben weitere solche Briefe, Briefwechsel sind nicht vorhanden, es sind vor allem dann einzelne Einzelbriefe oder einzelne Karten und so weiter, das ist vorhanden. Aber der Punkt ist halt eben, die Paare, die zusammen gewohnt gelebt haben, die quasi den traditionellen Entwurf hatten, haben zwangsläufig keinen Briefwechsel. Das war eben das Tolle eigentlich an diesem einen Paar, dass die gerade nicht zusammen lebten, nur deswegen hat man überhaupt so viele Briefe geschrieben. Und man hat dann genau auch die Lücken, wenn die beiden nämlich zusammen waren, die paar Wochen pro Jahr, die sie da festgelegt hatten in ihrem Ehevertrag, genau in dieser Zeit hat man dann auch wieder nichts und kann dann nur spekulieren, was gewesen ist während dieser Woche. Ich hätte jetzt noch eine Frage zur Bedingung der Möglichkeit des Frauenstudiums in der Schweiz. Hat da auch eine Rolle gespielt, dass zum Beispiel die Professoren und Dozenten von den Studenten, also Studierenden bezahlt wurde und mehr Studenten und Studentinnen dann auch bedeuteten, ein höheres Einkommen zu haben? Ja, inwiefern jetzt dieser Aspekt, das war ja vor allem auch in den Anfängen, war das ein großes Thema, als die Unis neu geschaffen wurden, dass das wirklich die Existenz sicherte von den Professoren. Aber ich denke jetzt hier, wo wir da sprechen, eben die erste hat sich da 1864 immatrikuliert. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt stand das eigentlich nicht mehr zum Bord. Ja. Ich würde gerne noch mal auf die Frage zurückkommen. Sie haben das angesprochen, dass man die russischen Studentinnen, eben so das Herrbild der russischen Studentinnen, auch ein bisschen in der Öffentlichkeit verbreitet hat, gerade um auch die Schweizer Frauen eher abzuhalten vom Unistudium. Weiß man denn etwas ein bisschen über die gegenseitige Wahrnehmung von russischen Studentinnen und Schweizer Studentinnen oder Schweizerinnen überhaupt? Oder waren das Gruppen eben, die so getrennt voneinander leben, in dem man gar nicht viel weiß? Also, eben die Schweizerinnen, die waren so lange, die waren ja eben lange gar keine Studentinnen, oder? Das waren eben, die waren ausgeschlossen von den Hochschulen und insofern kam da eigentlich gar keine direkte Beziehung zustande, sondern eben nur das, was abläuft, wenn man es von außen sieht, nämlich die Vorurteile. Das war das Einzige, was man aber weiß, das waren andere Studentinnen aus anderen Ländern, ich habe jetzt halt die Russinnen da herausgenommen, aber es gab ja durchaus auch andere, vor allem deutsche Frauen, Engländerinnen, auch Amerikanerinnen, die auch kamen in die Schweiz, um ein Studium zu machen und von denen hat man zum Teil Einschätzungen ihrer russischen Kommilitoninnen und da muss man sagen, wahrscheinlich mehrheitlich waren die auch eher negativ. Und ja, da kann man jetzt auch wieder spekulieren, weshalb? War das auch wieder irgendwie eine Konkurrenzsituation, die unwillkommen war? Oder war es auch das Gefühl, ausgeschlossen zu sein, weil sich eben diese Russinnen in einer riesigen Überzahl waren und eben so abgeschlossen, bis hin, dass man sie nicht verstand sprachlich, umgekehrt aber ja schon, weil diese Russinnen, die studiert haben hier, die konnten ja Deutsch, also die hatten einen riesigen Vorteil und also da die Urteile der zeitgenössischen Studentinnen, die fallen also zum Teil sehr happig negativ aus. Ja, bitte? Wie muss man sich das Sprachenlernen vorstellen zu dieser Zeit? Also konnte man da auch in den Bücherladen gehen und ein Buch kaufen und das ein bisschen so studieren? Haben die sich einen Lehrer oder eine Lehrerin gesucht, die dann eben Russisch gelernt haben? Wie können Sie dazu etwas sagen? Nein, das hat vorher stattgefunden. Diese Frauen, ich habe es Ihnen gesagt, eben, die hatten, also nein, das habe ich nicht gesagt, aber es war eigentlich fast selbstverständlich, die stammten in der Regel schon aus dem mittleren oder höheren Bürgertum, weil irgendeine arme Studentin aus armem Hause, die hätte sich diese Reise nach Zürich, bloß eben die Kollegengelder und so weiter, nicht leisten können. Aha, die Männer jetzt, die haben es mit ihren Frauen gelernt dann. Also, Bücher gab es vielleicht schon auch diese elementaren Sprachkurse, wie man sie heute kennt, aber jetzt gerade in dem Fall, nein, der Rorschach zum Beispiel, der konnte auch extrem gut Russisch, der hat auch praktiziert noch in Moskau eine kurze Zeit, aber von ihm weiß man Selbststudium. Erismann, Brubacher, die haben Selbststudium gemacht und vor allem eben mit ihren Partnerinnen dann. Und umgekehrt eben, die Studentinnen, die hatten, die hatten das im bürgerlichen Leben, hatten die ihre Hauslehrer, weil sie eben schon nicht ans Gymnasium und so weiter durften, aber immerhin, oft hatten sie einen Hauslehrer, nicht selten einen Schweizer oder eine Schweizerin übrigens, auch aus dem Welschland hatten die oft Privatlehrerinnen und so waren eigentlich die meisten Frauen, die hier nach Zürich kamen, sehr gut, also fließend eigentlich in Deutsch und in Französisch. Deswegen hatten sie auch ohne Probleme die Möglichkeit, als dann in Zürich die Uni zu war für sie, nach Genf oder Lausanne auszuwechseln, dann haben sie es halt auf Französisch gemacht. Das Stütteln. Ich möchte Sie fragen, Sie haben hier alles Beispiele gebracht, wo der Mann war ein Schweizer und die Frauen waren Russinnen. Wann beginnt die Gegenbewegung? Gibt es da irgendwelche Zeugnisse? Ja, das ist eine gute Frage, ich habe das nicht explizit gesagt, aber Sie haben das natürlich sehr scharf beobachtet und ausgerechnet eigentlich das einzige Paar, das ich überhaupt gefunden habe, was umgekehrt war, nämlich russischer Student tut sich mit Schweizerin zusammen sozusagen, das ist das Pärchen da in der Mitte, das habe ich dann aus zeitlichen Gründen jetzt weggelassen, aber das war eigentlich die absolute Ausnahme. Also, auf diesem Weg kam das eigentlich, kam das nicht zustande, aber eben, es lag eigentlich auch in der Natur der Sache, weil eben gerade die Uni so eine wichtige Pärchenschmiede war, die Frauen waren lange Zeit gar noch nicht da. Erst dann in der späteren, in der zweiten Phase, als dann nochmal so viele russische Studierende kamen, da hätte man dann sagen können, okay, inzwischen sind auch die Schweizerinnen angekommen an der Uni, aber mir ist da eigentlich kein Paar bekannt. Ich habe auch eben, ich finde das auch ein Phänomen und es fällt mir auch auf, dass das immer eigentlich nach demselben Strickmuster geht. Notabene ist es bis heute so, haben auch ja heute wieder sehr viele, genau diese Konstellation von russisch-schweizerischen Beziehungen und da ist auch die ganz große Mehrheit, ist das Muster Schweizer Mann und russische Frau. Und es gibt auch umgekehrte Fälle, aber das scheint offenbar in diese Richtung zu gehen. Ja, dann danke ich Ihnen, Frau Huse, nochmal ganz herzlich für diesen super spannenden Vortrag. Ihnen allen für die Geduld. Ich bin ganz sicher, dass wir bis zum Ende der Reihe mal einen total technikproblemfreien Abend verleben werden. Bis zum nächsten Mal hoffentlich in zwei Wochen. Und eben, kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.